Helmut, Genetik-Zellet und Band! Musik So, jetzt kleine Entspannung. Du wirkst so ein bisschen durch das viele Sitzen in der Kälte hier. Kleine Massage? Ja. Seid ihr bitte mal so lieb! Ado, unser Geschenk an dich für Weihnachten. Hallo! So, so ein bisschen im Nacken? Ja. Oder vielleicht auch so ein bisschen? Ne, nicht die Haare! Ja! Hallo! Entschuldigung! Aber das ist so, da ebnet man euch den Weg in DAX-Vorstände und ihr fahrt als erstes Bosnien in die Haare. Das ist doch das erste, wann ich in der DAX-Aufsichtsratssitzung will. Niemals einem Bosnien, bringt das nicht sieben Jahre Unglück? Ich glaube schon. Ja, ja. Ja, ja wirklich, weil das ist nun wirklich der Stolz der Familie. Kann ich dann wieder gut machen? So. Ist das denn schön so jetzt? Ja. An der Stelle auch oder tief? Oder irgendwo? Ne, ist okay. Ist okay. Ist es denn okay oder soll es Jürgen machen? Na. Das einzige, was man jetzt noch machen könnte, um das zu perfektionieren ist... Ja. Ist so. Ja. Und natürlich exklusiv für dich. Damit sie locker bleibt. Wir haben eine wirklich witzige Matz, die können wir natürlich hier nicht zeigen. Die ist zu teuer, die zeigen wir nur dir. Ach so. Ja, die Zuschauer können die nicht sehen. Aber die witzigste Matz, die wir in diesem Jahr vorrätig haben, jetzt exklusiv für dich. Bitte, viel Spaß. PayTV bedeutet, dass vor dem Gast Werbung kommt. Und dann Florian Schröder. Bis gleich. Florian Schröder. Gleich.